Die Löwin hat ihr Versteck aufgegeben. Die freundliche Begrüßung zeigt, dass die beiden zum selben Rudel gehören. Einem Elefantenbullen gehen die Löwen aus dem Weg. Wenn er schlecht gelaunt ist, kann er schon einmal auf die Hauptkatzen losstürmen. Dieses Mitglied des Löwenrudels trägt einen Sender am Halsband. Seit mehr als 30 Jahren erforschen Zoologen das Verhalten der Serengeti-Löwen. Eins war schon lange bekannt. Zebras gehören zu den bevorzugten Beutetieren der Löwen. Doch es gehört viel Geschick dazu, sich im Steppengras unbemerkt anzuschleichen. Zwei Hengste haben die Gefahr erkannt. Vielleicht war es die Witterung, die ihnen die Anwesenheit der großen Katze verriet. Dieses Fohlen hat seine Mutter verloren. Nur wenige Tage hat das Leben des kleinen Zebras gedauert. Schönen, die sie wieder gelosen. Schönen, die sie respät zu haben. Schönen, die sie dann verliegen. Schönen, die sie über der Schönen machen. Schönen, die sie da genieить. Untertitelung zählt, die sie in der Halsband, wo pritestiert. Schönen, die sie aufstehen, die sie nie mitnehmen. Schönen, die sie auf die Zeilen, die sie berkopulgte und sie alle schünen. Untertitelung des ZDF, 2020